Die Verschmelzung der Digitalen mit der analogen Welt ist ein wesentlicher Teil unseres Alltags. Als moderner Finanzdienstleister haben wir natürlich den Anspruch, Ihnen unterschiedliche Wege zu ermöglichen, wie Sie Ihre Bankgeschäfte erledigen können. Dank unseres neuen Beratungscenter Digital sparen Sie sich Anfahrtswege und Wartezeiten. Ihre persönliche Beratung findet in einem virtuellen Besprechungszimmer statt und ist dadurch immer dort verfügbar, wo Sie sich gerade befinden. Die digitale Abwicklung von Dokumenten und Aufträgen spart zudem Bürokratie und schont die Umwelt. Natürlich haben Sie auch hier einen persönlichen Berater, der Ihnen für Ihre Anliegen hilfreich zur Seite steht. Der Austausch mit Ihrem Berater erfolgt dabei über Ihren PC, Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone. Das virtuelle Besprechungszimmer ist einfach über unsere Homepage zu erreichen. Sie müssen nichts installieren und keine App herunterladen. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Berater bei der Terminvereinbarung oder auch am Telefon. Der Bildschirm Ihres Beraters wird dabei auf Ihrem PC oder Ihr mobiles Endgerät gespiegelt. Sie können alles entspannt auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone mitverfolgen. Eine sichere Verbindung gewährleistet, dass Ihre Daten optimal geschützt sind. Dank neuster Technik ist auch das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und Aufträgen kinderleicht. Die gemeinsam erarbeiteten Gesprächsergebnisse werden vom Berater anschaulich mit einem Stift auf seinem Tablet festgehalten. Für einen sicheren Datenaustausch können Sie zusätzlich unser elektronisches Postfach nutzen. Auch eine Videoberatung ist möglich. Wenn Sie eine Webcam einsetzen, wird die Beratung noch persönlicher. Ihr Berater und Sie können sich dann gegenseitig auch sehen. In unserem innovativen Beratungscenter Digital sind wir unter der Woche von 8 bis 8 und samstags von 9 bis 14 Uhr für Sie da. Vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin mit uns. Wir stehen Ihnen dann pünktlich online für Ihre Beratung zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie Ihren Berater nach vorheriger Terminabstimmung, aber auch in den neu gestalteten Räumen unseres Beratungscenter Digital in Würzburg treffen. Möchten auch Sie von den innovativen Leistungen des Beratungscenter Digital profitieren? Kommen Sie gern auf uns zu. Wir beraten Sie. Wir bieten Ihnen geballte Power für Ihre Finanzen.